Ich nehme euch heute mal mit ins Lager. Ihr könnt aber auch schon fleißig am Insta-Stories machen. Da war auch mega der cute Pikachu-Ankauf dabei. Die passenden Switch natürlich mit dazu. Peter war natürlich auch dabei, einmal Animal Crossing und das neue Princess Peach Showtime. Habt ihr das schon gespielt? Im Süßesten fand ich ja diese selbst gehickelte Yoshi-Plushie. Und in einer anderen Kiste habe ich dann noch eine Wii U mit Super Mario Maker gefunden. Währenddessen haben Moppy und Carsten zusammen Super Smash Bros. gespielt. Ich musste aber zum Grating, denn ich habe beim Auspacken diese Tüte so ein bisschen demoliert. Michelle war so lieb und hat die für mich neu eingetütet. Sie musste sich aber erstmal eine Größe holen. Ich hoffe, euch gefällt die Zeit, hoffe. Irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Jetzt lauf die Sticker drauf. Sollten die irgendwie kaputt sein, könnt ihr die natürlich auch ausdrucken. Und schon ist es fertig. Bankschulen. Und dann konnte ich mich auch endlich ans Einbuchen machen. Dazu müsst ihr mich erstmal anmelden. Und wir machen das mit so einem Scanner und einem Tablet, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe nämlich für ein Video-Tray ein paar Spiele gebraucht. Und wir lagern die Held alle in diesen Boxen. Und sobald ich fertig bin, kommen die Spiele natürlich alle wieder zurück ins Lager. Hier seht ihr nochmal ein paar Spiele auf meiner Liste. Und dann dachte ich mir, ich laufe einfach mal jemanden hinterher, der das öfter macht als ich. Also wir haben, sucht sich da eine Kiste und tut sich das Spiel rein, was sich vorher abgesrennt hat. Und dann halten wir auf die Kiste mit dem Stillplatz. Ich habe es dann auch irgendwann geschafft, das letzte Spiel reinzubuchen. Und dann habe ich nochmal nach unseren Social Media Bestandungen geguckt. Das eine war von Pierre. Er hat sich eine GameCube-Unterspieler bestellt. Und Marius, für den gab es auch ein Zelda und Pokémon Stadium auf Japanisch. Die Kollegen im Versand waren auch schon richtig fleißig, Otto. Und dann habe ich auf dem Rückweg nochmal einen Erbgeber vorbeigeschaut. Und Thorsten hat heute anscheinend nichts anderes gemacht, außer Playstation-Controller gewennt. Ich bin dann wieder runter ins Büro, aber schaut mir gerne mal, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Bye!